hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's place game legendisch und wir müssen scheinbar hier runter um akatosh hat es glaube ich den segen von akatosh kommt da hinten ist ein drache vielleicht ist es ja ein freundlicher drache der weiß der das mit dem ich reden muss das wird er sein hey das liebe was eine dr ist dr Wachlokmir? Ich bin sehr stolz. Stand aside, Frau. Ich muss schlafen. Ist das ein Pet-Dragon? Ich bin sehr stolz. Wachlokmir ist nicht ein Pet. Ich bin hier. Oder so. Wachlokmir. Ist das sein Name? Ah, Wachlokmir. Ich bin etwas mit der Dragon-Tronk. Oh, du sprichst Dragon? Wie wundervoll. Vielleicht wird Wachlokmir sprechen. Er ist sehr loyal, aber sehr schade. Hm. Wo Sie und Wachlokmir mögen? Ich bin in need von Wachlokmir's aid. Viele in diesem Land despiert Wachlokmir. Ich bin sehr interessiert in lernen über Sie. In der Norden. In der Wachlokmir. Ich bin 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 der Wachlokmir. So jetzt aber, I'm more interested in learning about you. I'll gladly tell you my story. I was raised in a community of Hunters. My mother taught me to track Hunterskin and my father taught me how to craft cages and crops. He was so proud when I fashioned my first bear trap. He showed it to a neighboring Hunter who offered to make a good use of it. What happened next? A group of Hunters had found a bear alcove near the outcroppings by Evergreen groups. That day, four of them left, but only three attended. One of them spit at my father as he passed him, then threw my manglet trap to the ground. One of the bears had managed to bake fail from its jaws. Two of the Hunters blamed my father, and I blamed myself. But one of them, a Nordman with a low brow and sad eyes, told me the truth of it. What did he tell you? The bear was a mother, driven by her need to protect her coops. He said not even the fangs of a dragon could have helped him. He toasted my hair and gave me a smile more black than white. But it brightened my day all the same. And you gained compassion for animals. Beers and dragons are much the same. We hunt them because we must. Beers are plaguy. I was attacked by four while you were telling that story. And you gained compassion for animals. Yes. I realized that every beast has a family. Mothers, fathers, daughters and sons. And our right to hunt is not any more valid than their right to live. Süß. Auf jeden Fall sehr süß. How did you remove the arrow? I maneuvered his spine, grabbing fangs of rock that jutted from his skin. The arrow was right there, near the crook where his body met his wing. Having already removed the arrowhead, all that was left was to pull out the shaft. I weeped the swift of my palms and stood up on its back. I clutched the arrow by the fletchings, yanking it out with all my strength. Too much strength. The force of it made me lose my balance. I would have fell to the ground and crock my skull. Ylva Hlokmir didn't swivel his head around to coach me. Hmm, so you rescued a dragon. How did you end up here? Even after I applied the poultice in a healing spell, Hlokmir was in no condition to fly. Mentally anyway. And it wasn't long before some of the other hunter folk came stumbling through in search of prey. There were two of them, dressed in scale armor, with bright silver coins of light shining of their chest blades. What did you do? When I heard their voices laughing through the trees, I dove into the thickest of grass and lay in wait. My dagger clenched between my teeth. The hunters, meanwhile, drew their way. Their eyes mesmerized by the great beasts that lay wounded before them. Most would have fled at the side of Vahlokmir. But when the dragon covered at the side of them, it only gave them courage. Mhm. You're lying. Dragons are godless killers? The hunters ran their right. Dragon bones are quite valuable. Wow, but that's interesting to me. I'm rich. Ich habe vor ein paar Folgen jemanden 10.000 für einen Hut gegeben. Für einen Hut. Only weaklings engage a rounded opponent. That's the best Tragedy. Kill the sink and endure it. Then make up a good storyline. Only weaklings engage a rounded opponent. A hunter seeks every advantage. Which is why he traps animals he aims to kill. With this folk, such to move them, not to hunt. What happened after the hunter arrived? Oder sie munters, wie du es rinst. Ich finde, das ist, dass die die... Ö... Ants? Or Ants? Wenn der Hundes kam, ich lock mich kurz auf his head and tail, he didn't under the canopy wings. Er war so tiny. Der Hundes lief hat das die split of the flunking. Ich war so unbefassbar. 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 Ich wurde der Hecht aus meiner Tudeln. Und ich war so einbefassbar. Ich konnte praktisch rassbar die stinkhoppung des Horses. Ich riefst mich zu hoffen, und riefst mich an seine Tudeln. Als meine Nose beriefst, ich schweigte mich. Ich schweigte mich! Ich schweigte mich. Ich schweigte mich! Oh, ich schweigte mich. Ich hörte mich! mit der Hohde Spray von Brat trickling down my leg. My body was on fire, but I was scared. Perhaps Bahlaq mir sensed this, because as the other hunter charged, he unfurled his wings and let out a roar. The sky shook and the earth cracked, and the man flicked like no man I've ever seen. But I reckoned he'd be back, maybe with the city guard. We have to hide. Although the hardest part was convincing Bahlaq mir, he could still fly. So it turns out the real killer is you. So there's a bounty on your head, good to know. A daring escape, and a noble endeavor. You're a very kind adventurer. Perhaps you would like to stay for dinner? Bahlaq mir is getting quite good at Bahlaq mir. I wish it weren't so, but folk are scared. And scared when it comes to fear. Everyone is scared. And everyone is by. The house fire is fred and paced. Afraid the dragon will swoop down and eat her children, or set fire to her home. City guardsmen, trynns in the barracks. War it. The dragon will swoop down and eat her children, and all his boasts of heroism will melt away under the heat of a dragon's flame. The farmer picks his crops before they arrive, and the hunter starves the forest of rabbits and deer. In other words, the presence of dragons puts everyone collectively on edge. Now, all of a sudden, they have something to lose. So when tear tones leave in fear, leaping to panic, every time a cloud drifts over the sun. It's very sad. If only they'd lie down their fear and open their hearts. They'd see that a dragon is capable of mercy, and a creature of kindness. Yeah, the people have fear. That's a problem. I'm going to hug the next dragon I meet. What could possibly go wrong? Except their fears are real. Dragons attack villages without compunction. You're right. People fear what they don't understand. This is going to be so hilarious when the dragon bites off your arm. You're right. People fear what they don't understand. That's true. That's why it's very important that you learn a language. You can't understand them if you can communicate. Mhm. I am in need of Valogmir's aid. Manifold would shy away from a dragon, but it is Vahdokmir who shies from all. I am sorry, but he is not a weapon of war. His dragon was in his nature. My request is one of peace. I only wish to use his spirit, to channel the power of Akatosh. Well, there's go my plan to write him to L2R9. I only wish to use his spirit, to channel the power of Akatosh. It is true that Valogmir is descended from dragon form. But this does not make him a god. Actually, all I need is for him to bless me on my quest. If Valogmir was the one to speak, I am sure he would. But perhaps again, he'll know this is good enough. Valogmir, what do you say? Do you bless this traveling? Because you have worked here. Oh. 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 Ich wurde von nem drachen gesegnet, ne. Leute. Warte. Anjetzt? Warte. Servus. Von nem drachengesegnet. Valogmir. Hi. ist ein schönes Theoretisch kann ich nicht mit dir reden schade Hilfe Hilfe ich fühle mich irgendwie ein bisschen bedroht aber ich habe keine Angst Hauptsache hier direkt ist dann irgendwas ich weiß nicht Angis Lager Angi und wenn ihr irgendwelche Dummheiten macht werde ich nicht zögern euch einen Pfeil in den Kopf zu schließen keine Sorge beruhigt euch ich werde euch nichts tun das ist wahr aber warum warum lebt ihr ganz allein hier draußen ich bin aus Helgen hergezogen nachdem meine Familie getötet worden war ich konnte damals die Gesellschaft anderer einfach nicht ertragen jeder hatte Mitleid mit mir und das wollte ich nicht es war nicht ihr Problem sondern meins es tut wir sind klug wer hat eure Familie ermordet zwei kaiserliche Säufer die dachten sie stünden über dem Gesetz soll ich mich um sie kümmern habe ich bereits das ist einer der Gründe weshalb ich hier draußen lebe aber danke für das Angebot gerne äh wozu sind diese Ziele gut ich habe diese Zielscheiben schon vor langer Zeit aufgestellt ich schieße ab und zu auf sie will ja nicht dass meine Bogenkünste einrosten mh kann ich könnt ihr euch mit euren Bogen aus und ob wisst ihr wie man so ein Ding benutzt äh äh sagen wir mal hier ist jene von Neid von Neid ablassen wahrscheinlich besser als ihr nein nun sagt Bescheid wenn ihr üben wollt wenn ihr einen Bogen braucht auf dem Ständer links neben der Tür befindet sich einer okay ich bin bereit für die Übung ausgezeichnet folgt mir zu den Zielen dann können wir beginnen was 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 äh Jagdbogen ich habe doch gar keine Pfeile also haben wir mal nun dabei gebracht wie man einen Bogen benutzt auch okay äh ah da das ist die Trainingsschule oder was ist hier los interessant hier kann man öfters mal herkommen jetzt sollte ich den auch ausrüsten sie sagte immer dass Gelassenheit der Schlüssel zum Erfolg eines Bogenschützen sei mhm wenn es euch gelingt die Ruhe zu bewahren selbst inmitten des Chaos dann wird euer Pfeil vermutlich sein Ziel finden das soll klappen gut dann wollen wir mal sehen wozu ihr fähig seid nicht vergessen ihr müsst innerhalb des markierten Bereichs bleiben und dürft nur Übungspfeile verwenden ich habe welche falls ihr keine dabei habt visiert das mittlere Ziel an okay erst mal okay bestimmt ein bisschen höher ach du kacke das ist schon weit weg schöner Schuss genau ins Schwan mhm sagt Bescheid wenn ihr noch einmal üben wollt nächstes Mal werden wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen steigern oh ja wie lauten nochmal die Regeln ganz einfach ihr müsst innerhalb des markierten Bereichs bleiben und dürft nur die Übungspfeile benutzen oh ich äh speicher Feuerleber während der Familie erst mal werden wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen steigern ja es tut mir um eure Familie leid ihr solltet es ihnen nicht nachmachen bemitleidet mich nicht okay nicht so weit zu schlimm ja die Schule machen wir dann in der nächsten Folge also bis dahin tschüss wir werden wir den nicht Vielen Dank.